Hier 2018 war es noch der vierte Platz, dieses Mal Bronze. Jetzt kommen die Weltmeister. Die erste davon, Kaori Sakamoto aus Japan, die uns so verzaubert hat mit ihrer Kür, die sie ja schon die ganze Saison gelaufen ist. Aber besonders emotional finde ich dieses Jahr. Hier hat sie den Titel Lose You To Love Me von Selena Gomez ausgewählt. Die erste davon, Kaori Sakamoto 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 ausgewählt. Kaori Sakamoto ausgewählt. Die erste 1973 war mit der Heiligen emotive Saison. mi vonileen noticed. Kaori Sakamoto ausgewählt. Sie erzeugt ausgewählt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020